Ich stelle euch heute meine acht Kinder vor. Ich bin Mireille und bin die Kleinstin und bin die Kurze. Ich heiße Nilo, bin sechs Jahre alt und reinige gerne den Pool. Ich bin Henrik und hänge gerne ab. Ich bin Kimi, zehn Jahre alt und bringe gerne den Müll raus. Ich bin Henry und ich bin der Müll. Ich bin Joshua und meine Faust passt in den Mund. Ich bin Feline, ich bin 14 Jahre alt, normalerweise trocken. Ich bin Noel, 16 und drehe die Videos. Ich bin Aaron und ich sammle leidenschaftlich Obstaufkleber. Ich habe sogar einen mit Minions.